Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Golfe für Friends mit dem Robin. Du Arsch, warum hab ich den Würfel? Ich hab den Würfel, ich bin rot. Oh geil, du hast den Würfel. Haha, tschüss. Naja, Robin freut sich jetzt noch, aber jede Strecke wechselt der Ball. Echt? Und das ist spannend. Oh, haben wir Kollisionen an? Ich hab dich gerade rausgekegelt. Ne, Kollisionen hab ich ausgelassen. Okay. Dann sah es nur so aus. Da, jetzt hab ich zum Beispiel diesen komischen Pylon hier. Ich hab ne normale Kugel. Ist ja cool. Hole in one oder was? Ja, das ist ja bei der... Hole in one? Nein! Ach, du hast die Eierkugel. Die, 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 den Eumel da. Da bleibt die da liegen. Was hab ich denn da? Ach, ich hab den Puck. Ja, den muss man knödeln. Ich hab nen Ball. Nice. Oh, das hätt drüber gehen können. Der Puck hat aber auch verminderten, äh, Rutschwiderstand, glaub ich hier. Gut, ne Rutsch hat der. Oh ja, sicher. Fast. Und bei so was kriegt der die Kugel, ey. Ja, da kann ich ne ganz ruhige Kugel schieben hier. Nein, so knapp. Dieses Ding. Nein, nicht runter. Nicht runter, ha, ha. Ah, da kommen wieder die Asiaten durch. Ja, aber weißt du, du hast den schwierigeren Ball und ich hab den schwierigeren Skill, sag ich jetzt mal. Boah, ey. Ja, ganz genau. Oh ja, drin. Ne, ne, ich brauch noch ein bisschen. Du musst jetzt ein bisschen weiter nach links zielen als auf das Loch. Also du kannst die, die, die Rollung von der Rolle kannst du so ausgleichen, weißt du nicht. Ja, aber wenn du den Tacken zu weit machst, verschiebt sich das Ganze. Jetzt zeigt er fast genau auf das Loch, jetzt musst du ein bisschen links nehmen, die Flagge zielen. Ja, aber zu stark. Hallo? Du darfst nicht mehr spielen. Oha, hat er da seinen letzten Stroke verstroket? Schade. Ja, mit dem Würfel da hoch, oder was? Ja, und ich hab den Nupsi of Doom hier. Ja, und ich bin oben. Ja, und ich bin oben. Geil. Krass, aber da hab ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Nee, auch nicht. Oh, da ticke ich ja auf dem Geländer. Lol. Jawohl. Ich bin der König. Wie viele hast du? Paar. Oh, krass. Ich hab nur einen mehr. Krass. Oh, jetzt hab ich den Potato Chip hier. Oh, shit. Oh, shit. Dip, dip, potato chip. Dip, dip, potato chip. Shit. Da spielt er schon mit dem Ball, ne? Und kriegt er trotzdem nicht geschießen. Ksch, 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 ksch. Ja. Oh, jetzt bleib doch auf dem Rand liegen, du. Schmöbeld. Ja, wird die Luft langsam dünner. Ja, mit der Eichel, oder was? Viel Spaß mit der Eichel an dem Stamm da. Ja, hau ab. Das kann ich jetzt schon vergessen. Oh, ich hab das Ei. Geil. Das Ei und die Eichel. Junge. Wie cool ist das denn? Och, man, fuck mich das ab, ey. Oh, ich bin da rausgeeiert, oder was? Mann, ey, ich treff den nicht. Oh, jetzt hab ich noch nicht mal mehr die Säule getroffen. Mann, ich treff die Säule nicht. Ich treff die Säule, aber ich treff die Strecke nicht. Oh, mir wird warm. Hallo, und jetzt hab ich... Was ist denn jetzt passiert? Ja! Ja, ich hab's. Was, warte, ich spiele jetzt einfach anders. Nee, lass das! Wie lass das? Ja! Drin! Nur 10 Stück... Ach, 10 Stück sind bei dir. Wow, wie geil, was ist das denn? Getfixt. Out of strokes. Oh, schade. Krass geträgt. Knapp vorm Loch. Was hab ich... Jetzt hab ich die Eichel. Geil. Was hab ich denn? Ach, den komischen... Ach, den Nippel. Der Nippel des Todes. Oh, die Eichel kommt gar nicht so weit. Da musste ich mich erst mal rantasten. Der Nippel auch nicht. Yay! Geil. Was ist das denn für ein Geschiss? Finde ich gut. Oh, ich hab den Puck. Jawohl! Oh! Alter, das ist gerade nicht in die Kärme gekommen. Und warum kriegen wir nur so eine Scheiße? Warum willst du hier mit dem Würfel spielen? Boah, der Puck ist hier voll... Oh! Voll am Ausrasten. Boah, ist mir warm, Alter! Boah, der Puck ist hier. Jawohl! Nein! Drin! Ja! Nein, doch nicht. Ja, solide 5, ne? Boah! Boah! Ich erzähle dich, ne? Mach dir nix draus. Fick dich mit deinem Mach-Dix-Ein. Ich hatte schon dreimal diesen scheiß Cube, ne? Das sind dreimal 14 Punkte gewesen. Und du? Du spielst hier mit so unfairen Mitteln. Was für unfaire Mittel. Nummer 1. Du hast dir den Modus ausgesucht. Fick dich doch, du Eichel. Und Nummer 2. Ist das völlig random, ja? Also da kann ich nix führen. Ich habe schon wieder diesen Würfel. Robin? Ich hab'n Ball. Ne, ich hab'n Puck. Ey, das ist unglaublich. Wieso hab... Ich will irgendwas kaputt machen. Ich will irgendwas zerstören, Alter. Ich hasse diesen Würfel! Schwimm! Du Sau! Du musst mich konzentrieren, da auch zu jumpen. Nerv mich jetzt nicht! Ja! Ich bin drüber. hoch, 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 hoch! Da ist er ein bisschen runtergetickert, würde ich mal sagen. Ich boykotier das jetzt. Ey, wieso hab' ich denn immer so ein Pech, Robin? Ohne Scheiß. Ich hab'n nix Glück! Nein, du hast mich nur letzte Folge einfach jedes Mal geschlagen. Ey, das hat ja mit Skill zu tun, nicht mit Glück. Ah, ho, ho, ho! Ach so. Jetzt hast du den Würfel, so! Das heißt aber auch, dass ich hier... draufknallen kann und trotzdem ins Wasser falle. Komm, die Runde ist eh für'n Arsch. Oh, da krieg' ich grad' richtig Schwitzige, ne? Eicheln? Nüsse. Sind auch Eicheln. Also, Eicheln sind Nüsse, nicht Nüsse sind Eicheln. Ja, jeder Whirlpool ist ein Jacuzzi, Robin. Jeder Whirlpool. Manche bei solchen Pissstrecken kriegt er den, ne? Zack! Ja, bei solchen Pissstrecken, weißt du? Dieses Drehen-Teil ist ja auch voll unkompliziert. Und jetzt krieg' ich den... Ach, oh Scheiße! Jetzt hab' ich hier so'n... Oh, der geht gut. Oh, der geht scheiße. Was macht er denn jetzt hier? Ja. Oh, ich fall' da raus! Huch! Ach so, jetzt machst du nicht. Jetzt machst du mieses Stück Scheiße, ganz ehrlich. Hä? Ich komm' da gar nicht rüber. Alter, ich krieg' ich... Ich hab' zum Schwitzen gerade, ne? Ich komm' da... Ohne Witz, ich komm' da nicht rüber. Auf voller Knülle nicht. Oh. Jetzt hätt' ich's fast geschafft. Oh! Fuck. Out of strokes. Ich hab' den Stern. Der deinem Namen... Nein, du hast den Stern. Ich hab' die Eicheln. Schon wieder! Oh, Mann, ey. Ich bin der Eichel, Mann. Weil der mit seinen Eicheln kann. Ja, kann er auch. Boah, kann er richtig? Ich hab' super Skill mit der Eichel. Alles Übung wahrscheinlich mittlerweile. Oh! Oh, Alter, ich drehe durch hier, ey. Ich drehe richtig am Schnauzei, ey. Ach komm, mit dem Stern ist doch easy. Fing dich. Da, guck. Oh. Was war das denn? Schlimmstes Spiel ever. Hey, immerhin rutscht der nicht wieder runter. Oh, da hat er die dreistelligen Zahlen geknackt, meine Damen und Herren. Jetzt hab' ich den Stern. Ach, jetzt hab' ich den Nükel, der hier alles tut. Das ist der Vergebt. Ach, shit. Ich brauch' mehr Knülle. Weißt du, was wäre das Spiel, die vor Anfang an so unfair zu mir gewesen, ne? Hätt' ich dich locker nass gemacht. Mindestens. Ja, bogey. Nice. Ja, wie war das gerade mit dem Bauern und der Badehose, Sebastian? Der Bauer und der Badehose? Ja. War es nicht der Bademeister die Badehose? Ne, wenn der Bauer nicht schwimmen kann, liegt's an der Badehose, hast du gesagt? Wenn der Bademeister nicht schwimmen kann, liegt's an der Badehose. Wieso der Bademeister? Ja, wieso der Bauer? Das Sprichwort ist mit dem Bauer. Nein! Was hat denn der Bauer mit dem Schwimmen zu tun? Ja, eben. Darum geht's ja. Nix. Hä? Den hab' ich von deiner Mutter. Ja, und die sagt auch Bauer. Die sagt Bademeister, du Bauer. Nein. Wohl. Nein. Frag sie. Steh auf und frag sie. Junge, rate mal, von wem sie das hat. Wir haben das beide von derselben Person, die in Ravensburg lebt, ja? Und das Sprichwort ist mit nem Bauern und nicht nem Bademeister. 100 pro. Bademeister. Bauer. Bademeister. Bogey. Bademeister. Sebastian hat nen Bademeister gewürfelt. Oh, was hab ich denn? Boah, Alter. Oh, ich bin raus. Wie mich diese Form ankotzt. Woher kann sie denn raus? Eichel. Ei. Oh. Der war gut. Und jetzt wird er scheiße. Aber grad war er gut. Mann, ich komm mit dem scheiß Ei hier nicht hoch. Das ist so eine Drecksform. Was sind das denn hier für Entwickler? Wir machen mal so ne Rampe, die geht 5 Meter hoch. Und dann machen wir als Form so ein Ei und stellen auf random. Und dann kommt das Ei und dann kommen wir da nicht hoch, oder was? Ey, guck dir das mal an hier, Mann. Ich kann gleich duschen gehen, Alter. Komm, Out of Strokes, hier, gib ihm. Nein! Oh, komm schon. Oh, da muss ich die perspektivische Verzerrung beachten. Drin! Awesome! Da sagt er gar nix mehr. Lobby in 5 Sekunden. Ja, die Folge ist immer noch vorbei. Wir danken uns recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Sagen bis zum nächsten Mal was gut. Tschüss! Tschüss!